Jo, hier ist wieder Andi von der Steckkasten Crew mit einer neuen Folge, die Crew baut heute das LEGO Technik Set 42-102, den Mini-Class Xerion. Schauen wir uns dort direkt mal an. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Miniaturglas, man kann hier hinten das Mähwerk absenken, fahren, es dreht sich alles, es sind hier auf kleinstem Raum 10, 11 Zahnräder verbaut, hier diese beiden großen, das ist wunderbar und das Ganze für schlanke 10 Euro, ich werde den direkt nochmal kaufen, um das B-Modell bauen zu können, diesen kleinen Mähdrescher, das ist einfach super. Aber die Lenkung, das ist einfach ein geniales Set. Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem Aufbau und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. 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 Peace.